Willkommen. Ich habe mal wieder ein paar Horror-Games ausgekrampt. Creepy Horror-Games. Die beklopptesten, die ich gefunden habe, die aber noch spielbar aussahen. Und da war auf jeden Fall hier The Straw Man. The Straw Man war auf jeden Fall hier. Seht ihr es? The Straw Man war ganz oben mit dabei. Und das gucken wir uns heute mal an, wenn ich hier die Maus finde. Alles klar. Rein. Auf jeden Fall sehr creepy setting schon. Ein Mais-Labyrinth. Oha. Ich darf hier den Bildschirm ein bisschen weiter rüber. Oha, das segelt runter. Das wollen wir natürlich nicht. Damn. What's the chance? I need help. There's no signal here. So, da sind wir. Da. Da hat einer miese Spikes platziert. Das ist unser Auto. Was ist das? Ah, Niederlande. Vielleicht. Könnte echt Niederlande sein, oder? Ich glaube, die haben vorne ein weißes, ein gelbes Schild. Schöner Volvo, Volvo. So, so. Achso. Wir können gar nicht weiter, lol. Das sieht aber echt so aus, als wenn man läuft, ne? Ah, doch, jetzt sieht man es. Aber gerade eben sah es so aus, als wenn man unendlich weiterläuft und sich umdreht und trotzdem noch an der gleichen Stelle ist. So Stephen King-mäßig. Wo war das hier? Der Nebel, oder was, ne? So, ich glaube, hier ist der einzige Weg, den ich sehe, wo es reingeht. Dann gehen wir mal rein, ne? Servus. Ich verstecke mich hier an der Seite, der da ist. Ich bin nicht da. Entschuldigung, Herr Strohmann. Da ist noch einer, ne? Servus. Hallo. Ja, mein Auto ist kaputt. Ich brauche einen Ersatzreiber. Was war das Neuze? Verdammt. Wer hat mich ausgelöst? Was ist das? Ein Prank? Ja, wenigstens können wir Radio hören. Das ist ja das Wichtigste. Können wir uns hier hinhocken? Ne, können wir uns nicht hinhocken. Die Grafik ist ganz nice. So. Oh, was ist das? Da können wir aufmachen, ne? Was hier? Ein Slider gefunden. Ein Slider gefunden. Why is he being different with you? I suffered. I screamed. Ended. All ended quickly on that road. But you? Why? Okay. Ja, genau. So ein bisschen Wrong Turn mäßig, ne? So, hier. Ein Slider platziert. Und ab nach oben. Hallo? Ist hier jemand? What is found on the highway? Bethel, local, auto-touries. Blah, 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 blah. There is no explanation for what we are seeing. Okay. Alles klar. Also, komische Dinge passieren hier. Und keiner kann's erklären. Oh! Alter. Das war schon fast so ein Jumpscare, dieser Sound, ey. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. What? What's going on here? There is no one Schluck Kaffee in here. What the hell was that? I must be going mad. Is it real? Am I dead? Hallo? Herr Strohmann? Ja. Willkommen im Maislabyrinth. What happened? Where am I? That man, he didn't look human. I must be having hallucinations. I'd better get out of here. As soon as possible. Hello? Herr Strohmann? Ja, ich wollte gar kein Mais klauen. Ich wollte nur, ich hab nur einen Reifen gesucht für mein Auto. Oder vier. Weil sie haben alle vier kaputt gemacht mit ihrem Dings. Ich meine, gut, der hat ja nur Arme aus Stroh. Ganz ehrlich, was soll der uns denn tun? Diese Tür ist kaputt. So. Lease open. Herr Strohmann? Ah, jetzt. Oha. Geiler Typ, ey. Oho, ich glaub, wir müssen weglaufen. Hey, Mr. Strohmann. Hey, Mr. Strohmann. Da, da. Chill, chill, kurz. Oh, nee, nicht da. Ich weiß nicht, hat das jetzt was gebracht, oder? Muss ich da länger gut halten, aber der ist ja direkt hinter mir. Und wir müssen den richtigen finden, ne? Da ist doch was, oder? Aha. Boah, das ist aber mies, ey. Ich werde jetzt mal ein Stück laufen jetzt. Dass der Damage weggeht. Oho. Da war auch gerade noch was auf dem Fass, ne? Ja. Na ja, wir müssen die alle wieder auffüllen. Ich glaub, hier war auch noch einer, ne? Da. Alter, wie schnell ist der denn? Oh, da hinten. Ich glaub, hier war auch noch irgendwo einer. Da. Mach doch, mach doch. Alter, wie viele denn? Lan, was schon? Hammer, schon. Chill, chill, pura, chill. mal hier auf dem fass was das was ist das nimm es doch ich glaube geht nicht weil wir schon den kanister dem war denn hier noch eine da genau im toten winkel war es das macht die tür auf das geht nicht ich glaube da muss noch einer sein ja alter jetzt wird er mal auf jetzt den haben wir schon hier am anfang war auch nichts mehr den haben wir auch schon da ist keiner den haben wir auch schon was ist da nichts chill chill hinten den haben wir auch schon hier in der mitte oder so ist bestimmt noch einer da generators have turned on ich hoffe wir kommen jetzt da vorne wieder raus durch die tür ich hoffe wir kommen jetzt da vorne wieder raus durch die tür hier einschließen nein alter wie schnell ist er denn aber wo ging es denn hier lang ich habe da keine tür oder so gesehen und da gab es am anfang noch was anderes ich gehe nochmal zurück hier sonst nichts mehr nur die tür muss ich noch mal näher ran an die tür vielleicht weichnagel mich nah genug wo ist der vogelkopf ja ne geht nicht alter der ist halt echt die ganze zeit direkt hinterher ne hier noch was ne chill chill hier chill bruder komm runter hier was ne komm mal hier vielleicht beim anderen Fass, ne? Hier ist auch nichts. Wann ja da ging was, oder? Ne, das ist nur wegen dem Generator. Was ist hier in der Mitte? Was ist hier? Genau da sind wir wieder da. Ach, warte mal, hier das Fass, ne? Probiert halt alles aus, ne? So, da laufen wir hier durch die Mitte mal noch. Chill, chill. Das ist ja irgendwo was. Also ich sehe nichts. Oder kann ich jetzt irgendwas gegen ihn machen, ne? Ne. Na, hier durch vielleicht. Oh, na hier ist was, oder? Ne, das gab doch da. Chill, chill. Ich muss ihn nur kurz austänzeln, während das Tor hochgeht. Ne, noch eins weiter. Und jetzt? Oh, da ist Schlüssel, da ist Schlüssel. Nimm doch den Schlüssel, Digga. Ja, chill, chill. Ja, chill, chill. Das ist mir grad erst aufgefallen. Dann kommt der nicht hinterher, oder? Huh! Pfff. Was für ein Abfucker. Alter. Hm. Hallo? Herr Strohmann? Ah, wir waren bei dem Keller drinnen. Gehen wir mal da hoch, ne? Geht der hoch? Geht nicht. Ah, schade. Ist aber ein anderes Haus jetzt, ne? Oh, guck mal, da geht was. Hm, warum geht da was? Aber vielleicht kommen wir dann Brecheisen oder so, ne? Um die Bretter wegzumachen. Mehr Strohmann? Ist ja echt freaky aus, ne? Wenn man so da durchläuft. schon ein bisschen Hallus, ey. Der steht da, oder? Der steht da, oder? Krank's game, ey. Diego Victor. Ja, cooles Ding. Wäre cool gewesen, wenn man noch in das Haus rein kann, dass man irgendwie noch so ein bisschen Hintergrundinformationen oder so bekommt. Ja, das war's mit TheStrawman. Ganz cooles Game. Aber ich mach nochmal einen Screenshot, der sieht gut aus jetzt. So. Nice. Das war's gewesen mit TheStrawman. So. Aber ich hab noch ein beklopptes Game. Warte ab. Hm. 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 Das ist ja auch sehr bekloppt aus. So.